Ich kenne Mettin seit ich vier bin. Wir sind zusammen aufgewachsen und man hat schon damals sein Talent und sein Irgiz gesehen. Er war schon dort immer am Trainieren und hat damals schon viel für den Kampfsport gemacht. Man sieht auch jetzt, dass er viel dafür getan hat und erfolgreich ist und weiterhin noch Erfolg haben wird.